hallo willkommen von youtube kanal rund den neuen ford focus mk4 im heutigen video geht es darum wie wir den service oder wartungsmodus der feststellbremse aktivieren ohne eine software zu verwenden falls euch solche und andere themen interessieren abonniert meinen kanal ist es komplett kostenlos für euch ja wie man den wartungs- oder service modus aktiviert um die bremsbeläge bremsscheiben zu wechseln mit der forscan software habe ich euch schon mal gezeigt blende ich euch hier ein und ja darüber kann man das ganze einfach aktivieren und deaktivieren super einfach für diejenigen die keine forscan software haben oder einfach nicht verwenden wollen aus welchem grund auch immer gibt es eine manuelle prozedur und die möchte ich euch zeigen ja hierzu muss man einfach wissen es gibt zwei prozeduren und zuallererst muss man herausfinden hat man einen ford focus mit oder ohne elektrischen bremskraftverstärker schaut man einfach unter die motorhaube und dann sieht man ob der elektrische bremskraftverstärker da ist oder nicht wie ihr seht ich habe einen und somit befolge ich die prozedur mit bremskraftverstärker keine sorge mit oder ohne bremskraftverstärker die prozedur ist eigentlich die gleiche außer eine sache die ist anders aber da blende ich euch das ganze im video ein wo der unterschied liegt und natürlich die ganze prozedur wie das ganze funktioniert mit und ohne bremskraftverstärker aktivieren deaktivieren ist wie immer auf meiner internetseite also einfach dort vorbeischauen und das ganze entweder ausdrucken sich auf dem pc anschauen naja oder merken oder halt das video hier anschauen gut legen wir los als allererstes natürlich sicherstellen damit das auto nicht wegrollt weil die bremsen gehen ja auf das auto ist dann ungesichert und danach steigen wir ins auto ein und stellen sicher dass alle türen geschlossen sind sind alle türen geschlossen können wir auch schon diesen wartungsmodus aktivieren und ich blende euch jetzt mal ein wie das ganze funktioniert als allererstes schalten wir die zündung ein danach geben wir vollgas und halten das vollgas gedrückt danach drücken wir die feststellbremse nach unten und halten sie nach unten gedrückt mit der zweiten hand müssen wir die zündung ausschalten und innerhalb von fünf sekunden wieder einschalten ist die zündung eingeschaltet legt das auto auch schon los und öffnet die bremse vorne im bordcomputer erscheinen viele hinweise fehlermeldungen und sonstiges weil natürlich jetzt das auto ohne bremse dasteht ist die ganze prozedur durchgelaufen könnt ihr auch die zündung ausschalten und es folgt noch ein hinweis dass wir den wartungsmodus aktiviert haben also die bremsen auf sind und unten rechts leuchtet permanent die lampe dass die bremsen halt offen sind jetzt kann man natürlich mit dem tausch der bremsen bremsbeläge bremscheiben beginnen und hat man das erledigt muss man natürlich auch diesen service oder wartungsmodus wieder verlassen noch mal wir sitzen im auto alle tünen sind geschlossen wir schalten die zündung ein geben vollgas halten vollgas gedrückt ziehen dann die feststellbremse nach oben und halten sie nach oben gedrückt danach drücke ich für circa eine sekunde das bremspedal und lasse es wieder los schalte dann die zündung wieder aus und schalte diese zündung innerhalb von fünf sekunden wieder ein und dann läuft wieder eine automatische prozedur wo die feststellbremse wieder geschlossen wird beziehungsweise der normal zustand wieder herbeigerufen wird das ist der ganze trick um die feststellbremse in den wartungs- oder servicemodus zu bekommen der einzige unterschied jetzt zwischen mit oder ohne elektrischen bremskraftverstärker liegt darin dass man halt bei der prozedur zum schluss wenn man also das ganze deaktivieren möchte das bremspedal entweder drücken oder halt nicht drücken muss hat man einen bremskraftverstärker muss man das bremspedal drücken so wie bei mir hat man keinen elektrischen bremskraftverstärker muss man das bremspedal nicht drücken wenn ihr euch unsicher seid oder nicht wisst könnt ihr einfach entweder die eine oder die andere prozedur ausprobieren und dann seht ihr was bei euch geklappt hat oder halt nicht ja das war's zu diesem thema ich hoffe wie immer das video hat euch gefallen falls ja daumen hoch abonnieren nicht vergessen und ich wünsche euch wie immer einen schönen tag und bis zum nächsten mal ciao